Hallo alle zusammen! Moment, ich versuche euch mal ein bisschen näher zu kriegen. Hallo! Ich habe gestern auf Facebook gepostet, dass ich jetzt endlich mit dem letzten Band der Göttlich-Trilogie fertig bin, von Josephine Angelini, mit Göttlich verliebt. Und ja, ich möchte eigentlich ungern eine richtige Rezi machen, weil ich ja bisher noch kein Buch vorgestellt habe und noch kein Buch rezensiert habe. Und das ist jetzt alles schwierig, das alles in ein Video zu packen und ich versuche das jetzt einfach mal so ganz flott zu machen. Einigermaßen flott. Ich hoffe, dass das Video nicht allzu lange wird, weil das sonst wirklich den Rahmen sprengt. Und ich möchte auch eigentlich mehr meine Eindrücke schildern, die ich hatte von dem letzten Band, als dass es jetzt wirklich eine richtige Rezi wird. Fangen wir mal mit dem ersten Band an, weil wie gesagt, ich habe ja noch gar kein Video dazu gemacht und wollte ich auch eigentlich nicht machen. Aus bestimmten Gründen. Ich mache es jetzt eigentlich nur wegen dir, Steffi, weil ich mir eine Anfrage. Ja, fangen wir mit dem ersten Band an. Das ist er, Göttlich verdammt, Josephine Angelini. Und ja, ich muss sagen, die ganze Reihe, also nicht nur der erste Band, klar, der erste Band hat mich natürlich sehr gefesselt, sodass ich natürlich die anderen auch weiterlesen wollte. Und die ganze Reihe finde ich insgesamt auch sehr gut. Fangen wir erstmal an zu der Geschichte, für die, die es jetzt nicht kennen. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel erzählen. Und ich will auch nachher auch aus dem dritten Buch euch keine Leseprobe irgendwie geben oder sowas. Deswegen lese ich einfach mal die Klappentexte vor, weil die treffen es eigentlich schon ziemlich genau. Und so komme ich auch nicht irgendwie großartig in die Versuchung, jetzt nachher groß, ja, alles zu erzählen und zu erklären und so weiter und so fort. Wie gesagt, für die, die es jetzt nicht kennen, ich muss natürlich bei den ersten beiden Büchern jetzt spoilern, ist klar. Auch bei dem dritten werde ich leider spoilern, weil ich da, wie gesagt, eher mehr meine Eindrücke schildern werde. Ich werde aber natürlich versuchen, euch jetzt nicht das Ende oder so zu verraten. Fange ich einfach mal an. Die 16-jährige Helen lebt bei ihrem Vater auf Nantucket. Auf der Insel ist nicht viel los und in den Sommerferien versinkt Helen in Langeweile. Ihre beste Freundin Claire erhofft, dass nach den Ferien endlich etwas Aufregendes passiert. Der Wunsch geht in Erfüllung, als die Großfamilie Delos auf die Insel zieht. Alle Familienmitglieder sind ausgesprochen attraktiv und die ganze Insel ist hin und weg von den Neuankömmlingen. Alle außer Helen. Sie spürt von Anfang an großes Misstrauen gegenüber den Unbekannten. Im Schlaf wird Helen plötzlich von düsteren Albträumen heimgesucht. Es begegnen ihr dort drei unheimliche Frauen, die Rache nehmen wollen. Woran bleibt ihr vorerst ein Rätsel? Als Helen den gleichaltrigen Lukas Delos zum ersten Mal sieht, spürt sie wieder die Gegenwart der drei Frauen, die sie dazu drängen, Lukas anzugreifen. Und Helen geht tatsächlich auf ihn los. Was dahinter steckt, erfährt sie erst nach und nach. Denn Lukas und Helen teilen ein gemeinsames göttliches Schicksal. Sie sind dazu verdammt, einen erbitterten Kampf der Mächte auszulösen. Und das, indem sie sich ineinander verlieben. Ja, das trifft so ziemlich auf den Punkt. Also, wie gesagt, es geht um Helen. Und die lebt halt mit ihrem Vater alleine auf dieser Insel, Nentucket. Und die es auch, soweit ich weiß, wirklich gibt. Ja. Und wie es halt kommt, diese Familie taucht halt auf. Und diesen Lukas ist halt der erste, glaube ich, den sie sieht von der Familie. Und hat nichts mehr als den Drang, ihn töten zu wollen. Und springt ihm regelrecht im Schulflur an die Gurgel. Und ja, er will natürlich nicht minder sie auch töten. Und hat auch diesen Drang halt. Und sie kann das alles auch gar nicht verstehen. Sie hat diesen Drang, aber weiß gar nicht, warum sie den überhaupt hat. Und ja, er fragt halt sie, also er schafft es, das abzuwenden. Und fragt sie halt, aus welchem Haus bist du? Und sie ist total perplex und weiß überhaupt gar nicht, was brabbelt der Typ überhaupt da? Und ja, und so erfährt sie halt nach und nach, dass sie halt eine Halbgöttin ist. Eine griechische Halbgöttin. Und dass sie aus einem der vier Häuser stammt, beziehungsweise aus zweien. Das ist aber alles viel zu kompliziert, deswegen gehe ich da jetzt nicht auch näher drauf ein. Weil ich musste euch jetzt erklären, sonst was die vier Häuser sind und so weiter und so fort. Das lasse ich einfach so mal dahingestellt. Und ja, sie lernt halt auch nach und nach kennen, dass sie diverse Fähigkeiten hat. Unter anderem, dass sie fliegen kann und dass sie Blitze erzeugen kann. Und ja, sie erfährt da ziemlich viel. Und das ist auch am Anfang alles, ja, das bricht so über sie herein. Und ja, sie lernt halt nach und nach diese Familie halt kennen. Und dieser Drang, dass sie halt den Lukas oder auch halt andere Mitglieder von der Familie halt umbringen möchte. Verschwindet auch. Und wie es halt kommen muss, ja, ist halt der Drang dann da, dass sie nicht voneinander lassen können, soll ich jetzt mal so. Also sie fühlen sich immer stark zueinander hingezogen. Und egal, auch wenn sie versuchen, sich aus dem Weg zu gehen, es funktioniert nicht richtig. Und wie es halt kommen muss, verlieben sie sich ineinander. Das Problem ist nur, sie stellen fest, dass sie eigentlich Verwandte sind. Also irgendwie Cousin und Cousine. Und ja, und sie dürfen halt nicht eine Beziehung miteinander eingehen, weil sonst ein nächster Trojanischer Krieg ausbrechen wird. Und das ist das, was, ja, was es unbedingt zu verhindern gilt. Und ja, wer jetzt auch diese drei Frauen sind, vielleicht wissen es einige, die sich halt ein bisschen mit der griechischen Mythologie auskennen, wissen vielleicht schon, wer gemeint ist. Ich sage es jetzt nicht. Und ja, die tauchen halt auch auf, spielen dann halt besonders auch im zweiten Band, göttlich verloren, eine sehr wichtige Rolle. Und ich muss sagen, ich finde die Cover auch alle so schön. Ich kann das jetzt gerade hier gar nicht alles so zeigen, so auf einmal. Finde ich immer sehr, sehr schön getroffen. Und ja, in dem nächsten Band geht es halt darum, dass Helen hauptsächlich damit beschäftigt ist, in die Unterwelt hinabzusteigen. und hat dort eine wichtige Mission, weil sie nämlich dieses Ganze, ja, halt alles, was mit dieser Mythologie und alles, was damit zu tun hat, mit Prophezeiungen und Sachen, die halt einfach wahr werden müssen, so gesehen. Und ja, halt dieses typische griechische Drama, dieses Drama, dass man halt gewissen Sachen einfach nicht ausweichen kann, dass man halt, ja, so gesehen keinen freien Willen mehr hat. Also man denkt, man hat ihn und im Endeffekt, ja, bricht dann doch der nächste Krieg los. Und ja, und sie versucht das halt zu verhindern und sieht in erster Linie ihre Chance darin, diesen drei Frauen, diesen drei besagten Frauen zu helfen und muss dafür in die Unterwelt hinabsteigen. Und das macht sie Nacht für Nacht. Also sie geht wirklich ins Bett, versucht zu schlafen und irgendwie in Wirklichkeit ist es eigentlich gar kein Schlafen, weil sie steigt in diese Unterwelt hinab und, ja, läuft dann darum und leidet wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Höllenquallen, weil sie da die schlimmsten Sachen erlebt und an die schrecklichsten Orte, ja, befördert wird. Und das ganz alleine und man merkt auch, dass es ihr wohl sehr auf die, ja, es schlägt ihr sehr auf die Gesundheit und man merkt es ihr an, sie kriegt nicht wirklich richtig dann Schlaf halt, weil sie halt da ja ihre Mission erfüllt. Und es setzt ihr wirklich zu, weil sie kann auch nur wieder, oder sie wacht halt nur wieder auf, wenn sie in der Unterwelt stirbt. Und, oder beziehungsweise, ja, und sie kommt halt auch immer in so Situationen, wo ihr halt immer, ja, ziemlich üble Sachen angetan werden. Und, boah, das hat mir an mancher Stelle schon echt Gänsehaut verpasst. Also das fand ich richtig, richtig gut. Sorry, wenn ich gerade irgendwie nicht so wirklich direkt in die Kamera gucke, weil ich habe hier meine Lampe so komisch hingestellt und die blendet mich und ich sehe andauert überall hier so Lichtpunkte. Ja, wo war ich jetzt? Ah ja, genau. Und wie gesagt, sie versucht sich halt von Lukas fernzuhalten und der Lukas hat auch gemerkt, wir dürfen nicht zusammen sein und stößt sie auch ganz extrem von sich. Gleichzeitig schmerzt es ihn natürlich zu sehen, dass sie da die Nächte immer in die Unterwelt hinabsteigt und merkt, wie es ihr so zusetzt und kann ihr selber nicht helfen. Sie bekommt dann aber Hilfe durch einen netten Jungen, Ja, einen Jungen namens Orion. Orion, wo bist denn du? Zeig dich mal. Komm her. Ja, da kommst du, ich höre dich schon. Ja, ein netter junger Mann namens Orion in ihrem Alter, beziehungsweise, ich glaube, der ist ein Jahr älter sogar und der wird geschickt von ihrer Mutter, von der man vorher irgendwie, ja, nur wusste, dass es eine Mutter gibt, aber dass die halt wohl Hellen ziemlich früh verlassen hat. Ich merke, ich schweife schon wieder ab. Ich versuche mal hier doch nochmal den Klappentext zu lesen. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich eh schon zu viel verraten wieder. Also, die 17-jährige Hellen muss die Hölle gleich zweifach durchstehen. Als einzige Halbgöttin, die in die Unterwelt hinabsteigen kann, ist sie dazu verdammt, eine fast unmögliche Aufgabe zu bewältigen. Nachts schlägt sie sich durch den Hades und versucht den erbitteren Rachefeldzug der Furien zu beenden, der wie ein Fluch auf ihrer Familie lastet. Aber noch schlimmer quillt sie bei Tag, dass Lukas und sie sich unmöglich lieben dürfen. Hellen merkt, dass sie ohne Lukas an ihrer Seite die Furien nicht besiegen kann. Als Hellen fast am Ende ihrer Kräfte ist, begegnet sie in der Unterwelt einem jungen, mysteriösen Halbgott. Je häufiger sie einander treffen, umso näher kommen sie sich. Aber Hellen läuft die Zeit davon. Ein skrupelloser Feind hat es auf sie abgesehen. Die Gier der Furien nach Blut wird immer spürbarer. Dann geschieht etwas völlig Unerwartetes, das ausgerechnet Lukas und seinen neuen Kontrahenten zum Zusammenhalten zwingt. Die vier Räuser Zion werden vereint. Ein neuer Trojanischer Krieg scheint unausweichlich. Ja, das ist natürlich jetzt viel Information. Also wie gesagt, diese Damen, das sind die Furien. Jetzt habt ihr es rausgefunden. Ja, und wie gesagt, ich bin selber sehr hin und her gerissen, weil ich mag sowohl Lukas, ich mag aber auch unheimlich gerne Orion und ich kann mich nicht wirklich zwischen beiden entscheiden. Ja, nö. Also ich finde beide sehr, sehr schnuckelig. Ich habe gerade dieses zweite Buch wirklich sehr verschlungen. Und ich fand den, ich glaube, den zweiten Mann, obwohl den dritten finde ich jetzt auch ganz gut, aber den zweiten fand ich deswegen so toll, weil man merkt halt, wie gesagt, Helden tut es so weh, dass die Sache mit Lukas, dass sie nicht mit ihm zusammen sein darf. Und dann kommt Orion an und normalerweise ist man ja so drauf, so von wegen, ne? Nur Lukas und neuer Typ. Geh weg, 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 weg. Ne, wollen wir nicht, ne? Kennt man ja noch teilweise, obwohl, ja gut. Ne, das Beispiel jetzt mit, das ich jetzt hier anbringen wollte mit Bella Edward und Jacob passt jetzt irgendwie so gar nicht, weil ich glaube, mittlerweile ist die Jacob-Fraktion größer als die Edward-Fraktion. Aber, ja, wie gesagt, es taucht halt, wie gesagt, ein neuer Typ auf und der ist einfach so erfrischend und gut aussehend und so kämpferisch und so stark und er ist so toll und er ist auch noch so lustig, er ist so humorvoll, ich liebe Orion. Er macht tolle Witze und ich habe sehr oft lachen müssen, seinetwegen. Und, ja, ich weiß auch nicht, ich finde ihn einfach klasse. So, wie gesagt, das ist deren Aufgabe und, ja, das Buch besteht eigentlich nur daraus, dass sie halt, wie gesagt, in der Unterwelt ihre Zeit verrichten und, ja. So, nächster Band. Ich lese wieder den Klappentext vor. Helen, Lucas und Orion müssen verhindern, dass die sterbliche Welt in die Hände der Olympischen Götter fällt. Denn das Verlangen der Götter nach einem neuen Trojanischen Krieg wird immer größer, während Helen von fürchterlichen Visionen geplagt wird. Aber auch Helens Kräfte werden zusehends stärker und unberechenbarer. Zugleich wächst Helens Macht, aber auch das Misstrauen ihrer Freunde. Schließlich offenbart das Orakel, dass ein gefährlicher Tyrann unter ihnen lauert, der einen Keil zwischen sie treiben will. Alle Zeichen deuten auf Orion. Doch Helen ist immer noch zwischen ihm und Lucas hin und her gerissen und sie weiß nicht, wem von Bayern sie vertrauen kann. Als dann die Olympischen Götter immer bedrohlicher werden und es ihnen gelingt, die Halbgötter hinterlistig gegeneinander auszuspülen, steht plötzlich das Leben von Lucas auf Messerschneide. Jetzt scheint der nächste Trojanische Krieg unvermeidbar und Helen wird gezwungen, eine schreckliche Entscheidung zu treffen. Dazu möchte ich eigentlich nicht so viel verraten. Also es ist so, dass Helen halt immer mehr Kräfte kriegt. Also hier von wegen nur Fliegen und Blitze erzeugen, das ist noch längst nicht alles. Und halt die Fähigkeit auch zum Beispiel einfach so in die Unterwelt hinabzusteigen, das ist zum Beispiel bei Orion nicht so leicht möglich. Der braucht da was Bestimmtes. dass er überhaupt in die Unterwelt kommen kann. Und wie gesagt, das ist halt nicht für jeden bestimmt. Und Helen kann das einfach so machen, so wie sie möchte. Und das häuft sich alles noch mehr. Also sie bekommt da noch einige mehr Fähigkeiten dazu. Unter anderem auch deswegen, weil sie am Ende von Band 2 Blutsbrüderschaft schließt mit Orion und Lucas. Unfreiwillig leider, muss man sagen. Aber dadurch bekommt sie auch noch Fähigkeiten von Lucas und auch noch andere Fähigkeiten von Orion, die ich jetzt hier nicht weiter beschreiben möchte. Es ist einfach wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr komplex. Und ja, das ist auch so ein bisschen meine Schwierigkeit, die ich mit der ganzen Buchreihe hatte. Also alle Bücher zusammen fand ich sehr, sehr toll. Und ich hätte auch wirklich noch viel, viel mehr davon gelesen, weil auch noch zusätzlich viele andere tolle Charaktere vorkommen. Ich muss leider zugeben, dass ich schon Schwierigkeiten hatte, die Delos-Familie, um dieses, die es ja eigentlich neben Helen hauptsächlich ja geht, schon auseinander zu halten. Weil Lucas hat eine Schwester, Cassandra, die halt das Orakel ist. Und in der Familie leben halt dann noch Vater, Mutter und halt noch diverse Cousins und Cousinen. Und das war halt alles schwierig für mich, das so auseinander zu halten. Und dementsprechend gibt es auch bei den Büchern hinten noch ein Glossar, wo man ja alles nochmal nachlesen kann, welcher Gott wer ist und ja auch die Hauptcharaktere, welche Fähigkeiten sie haben, aus welchen Häusern sie stammen, wer mit wem irgendwie verwandt ist, wer von wem getötet wurde. Und das ist alles unglaublich kompliziert, sag ich mal so. Und wer jetzt nicht schon irgendwie ein diverses Grundwissen hat oder ich sag mal so griechische Götter durchgenommen hat in der Schule oder sich mal irgendwie durch Film, Fernsehen, Bücher dafür interessiert hat oder irgendwie einen Schwung mitbekommen hat davon, der hat ihn echt schwer, weil ich sag mal so, ja, ich sag mal so, die meisten werden noch irgendwie, glaube ich, alle Zeus kennen und ja, vielleicht auch noch Aphrodite und das war's dann vielleicht, aber es gibt ja noch so, 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 so viel mehr und das war einfach alles, selbst für mich, die das Thema in der Schule hatte, die sich persönlich dafür interessiert, ich hab sogar noch irgendwo, ich weiß gar nicht wo, hab ich noch ein Buch, das hab ich euch, glaube ich, mal gezeigt in einem sehr, sehr alten Video, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das ist von meinem Vater oder ich glaube, das ist von meinem Vater gerade unten, wo halt ein ganzes Buch über auch halt wie das Glossar aufgebaut am Ende, alle Gottheiten sind aufgezählt, auch von, über Odysseus, Herakles und bla, 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 bla und die ganzen Halbgötter und so weiter, Achilles und wie sie alle heißen, in Agamemnon und alles, was mit der griechischen Mythologie zu tun hat, ist da drin und ich glaube, es hieß Who is Who in the Ark in der griechischen Mythologie? Ja, was soll ich jetzt sagen in der archäologischen? Ist auch egal, auf jeden Fall, das hieß irgendwie Who is Who und da ist auch alles beschrieben, die sind auch alle alphabetisch aufgelistet und ja, man kann halt nachgucken, wer mit wem und ja, wie viele Kinder Zeus hat und mit wie vielen von seinen eigenen Kindern herumgemacht hat und ja, das ist ja alles so, das ist ja so schon alles verworren, weil die Götter ja alle untereinander da Orgien feiern, bis zum Gehtnichtmehr und das ist dann dementsprechend auch alles ziemlich schwierig hier in den Büchern, weil auch in den Büchern es so ist, dass die Hauptcharaktere Charaktere zum Beispiel diversen Vorfahren nicht nur ähnlich sehen, sondern genauso aussehen, also ich sag mal so, es gibt irgendwie 20 Abbilder von Göttern und die sehen dann alle immer gleich aus, also wenn zum Beispiel einer mit, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Gesicht sterbe, sagen wir jetzt mal, ich bin irgendeine Gottheit und irgendein Halbgott und ich sterbe, dann wird zur gleichen Stelle, also fast zur gleichen Zeit ein Kind geboren, was dann später mein Gesicht hat, also, ne, und so geht das ständig weiter und ja, das ist dann halt alles so schwierig, man liest einfach diese Person und man liest dann auf einmal irgendwie so, ja, jetzt ist der hereingekommen und jetzt kämpft der gegen der und das ist alles so verwirrend, weil der ja so aussieht wie der Lucas, nur in Älter und also das war, ja, sehr verwirrend für mich und wenn das für mich schon mit einer, mit einem gewissen Grundverständnis der griechischen Mythologie schon schwierig war, dann will ich nicht wissen, wie das für Jugendliche, weil es ist ja eigentlich ja ein Jugendbuch, wie das für 14, 15-Jährige sein muss, die da irgendwie so gar nicht in der Materie drin sind, für die wird das wahrscheinlich noch verwirrender werden. Gut, jetzt habe ich genug gebrabbelt über die Verwirrung, das ist auch, wie gesagt, das größte Manko an dem Buch, finde ich, aber ich fand trotzdem das Buch sehr, sehr toll und ich fand auch den letzten Band, auch das Ende fand ich sehr überraschend, hätte ich nicht mit gerechnet, weil, wie gesagt, man rätselt ja schon die ganze Zeit, also diese ganzen, dieser ganzen Buchreihe hinüber, also hindurch überlegt man ja selber so, wie kann man das abwenden und was kann man da machen und so, und man überlegt ja selber schon irgendwie so ein bisschen so, wie kann man das abwenden einfach, diesen Krieg, oder was kann man machen, dass zum Beispiel Lucas und Helen doch zusammen sein dürfen, ohne dass Krieg ausbricht, und, ja, ja, wer mit wem zusammenkommt und so weiter und so fort, verrate ich jetzt nicht, welche Geschichte ich auch noch süß fand, war die Geschichte zwischen, also die Beziehung, die sich entwickelt hat zwischen Hector und Andy, fand ich hammermäßig, also da hätte ich wirklich mehr von gelesen, und das war wirklich sowas, oh, da ging mir das Herz auf, da dachte ich mir so, boah, kack auf die anderen, die sind so süß, die beiden, und, oh, das finde ich einfach, die Geschichte, also Leute, sagt mir mal, wie ihr diese Story fandet, mit dem Hector, weil mit dem Hector konnte ich selber jetzt irgendwie wenig anfangen, weil, ähm, alle ja irgendwie so gesagt haben, man stellt sich ihm so vor, wie, ähm, wie in Twilight jetzt den Emmett, konnte ich mir auch gut vorstellen, weil er halt auch so ein bisschen so, äh, so ein Schrank ist, und, äh, so der Kämpferische, und er will mal kämpfen, und an vorderster Front sein, und er kann nicht ruhig sitzen bleiben, und er muss immer was tun, und so, und, ähm, wie gesagt, das fand ich halt ganz nett, ich konnte ihn halt auch mir so vorstellen, ähm, aber ich konnte jetzt nicht so viel mit ihm anfangen, er ist halt so, äh, halt auch der lustige Charakter, und, ähm, bringt halt mal ab und zu so ein paar Scherze mit rein, und, ähm, ist aber halt so der Raufbold, und, ja, und um den geht es halt auch noch in einer gewissen Art und Weise, ähm, er ist sehr tragisch, dann, äh, wird es wieder gut, und, ähm, ja, und dann begegnet er Andy, und, ähm, ja, und er verliebt sich in Andy, und Andy, äh, ja, da ist das Problem, sie hat furchtbare Angst vor ihm, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht kennt, und wieso, warum, weshalb, sag ich auch wieder nicht, weil, wie gesagt, dafür müsst ihr einfach die Buche erlesen, das ist, ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr toll, und ich habe, also das letzte Buch habe ich jetzt so schnell verschlungen, also für meine Verhältnisse, ich musste ja letzte Woche arbeiten, deswegen bin ich meistens erst nach der Arbeit dazu gekommen, und, ähm, ja, habe dann auch die letzten zwei Tage in der Woche, also Donnerstag und Freitag auch, äh, das Buch mit zur Arbeit genommen, damit ich in meiner Pause lesen konnte, und während der Busfahrt, und, und, wo ich zurückgefahren bin, und, ja, und dementsprechend bin ich dann auch Freitag morgens im Bus, kurz bevor ich aussteigen musste, bin ich fertig geworden, und ich war, ich, also, ich war so richtig gelähmt, und konnte erst nicht aussteigen, weil ich so, ach, äh, jetzt ist es vorbei, so, keine Ahnung, also das war so ein ganz komisches Gefühl, dass es jetzt zu Ende war, weil ich hätte wirklich noch gerne weitergelesen, und, wie gesagt, gerade der dritte Band, man kann es sich denken, es passiert unheimlich viel, weil man hat echt mit Helen, fiebert man mit, man hat aber auch auf einmal so eine gewisse Distanz zu Helen, äh, weil sie halt wirklich Kräfte bekommt, wo man denkt, oh, die sind nicht ohne, und, äh, die sind selbst für sie ein bisschen unberechenbar, und, ähm, ja, weiß ich nicht, man denkt sich so, mein Gott, kann das Mädel noch mehr, äh, irgendwie, auf sich nehmen, und, äh, ja, es passiert unheimlich viel, es wechselt immer zwischen diversen, äh, Charakteren natürlich hin und her, und, ähm, ähm, äh, unheimlich viel, es passiert unheimlich viel, und wie gesagt, mit dem Ende hätte ich überhaupt nicht gerechnet, womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, dass ich sehr mit Hades sympathisiere, also der, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, das war alles sehr komisch, alles so in der Unterwelt, ähm, man hat irgendwie auch, man ist irgendwie sauer auf Hades, man denkt sich auch irgendwie so, klar, Hades, Gott der Unterwelt, und, der macht einmal so, und dann bin ich weg, und, ähm, ja, man hat Respekt vor ihm, man hat irgendwie auch Angst, man ist vorsichtig, aber, gleichzeitig, ähm, hat man auch irgendwie Mitleid, und, man findet ihn sympathisch, und, äh, man, man möchte eigentlich gerne mehr Zeit mit ihm verbringen, und, äh, ja, ich fand so die Momente, wenn Helen mit ihm zusammen war, fand ich schade, wenn es zu Ende war, muss ich ehrlich zugeben, weil ich hätte gerne mehr von ihm erfahren, und, äh, er ist, äh, unheimlich komplexer Charakter, und, ähm, ich meine, das weiß man ja schon so, äh, aber das, wie, wie Josephine Angelina das dargestellt hat, ähm, ihn auch so eine Spur, wirklich mal menschlich erscheinen zu lassen, und, ja, wie sie das macht, ich verrate jetzt nichts weiter, aber, das sind halt so meine Eindrücke, und das, was ich halt gut fand, und, wie gesagt, das, was ich halt schlecht fand, habe ich jetzt euch auch gesagt, ähm, deswegen würde ich dem, der Reihe insgesamt, ähm, ja, ja, ich kann leider nicht 4 von 5 Sternen geben, ich würde 3,5 geben, also, ich gebe mal wirklich gute, sehr, sehr gute, 3,5 von 5 Sternen, ja, weil, es ist so ein paar Sachen, ich weiß jetzt gar nicht, ist es, es ist doch, glaube ich, das Erstlingswerk von Josephine Angelina, oder? Wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere, ähm, und ich finde, an manchen Ecken, merkt man es auch, äh, finde ich persönlich, also, das Buch ist super geschrieben, es ist einfach geschrieben, es ist, äh, durch und durch eigentlich vollkommen, aber ich hätte mir manche Stellen ein bisschen, ja, ausgebauter gewünscht, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber, ähm, so manche Sachen im dritten Band, wo ich so dachte, da hätte man nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen können, äh, das fehlte dann leider irgendwie, und, äh, deswegen muss ich da leider von den 4 Sternen, ich eigentlich gerne geben würde, nochmal einen halben Punkt leider abziehen, und, ähm, so komme ich auf 3,5, aber wirklich gute, gute 3,5 Sterne, und, ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, oder wie gesagt, falls ich jetzt mit irgendwas durcheinander gekommen bin, äh, seht es mir nach, wie gesagt, das war jetzt wirklich eine spontane, äh, Interpretation von den, äh, von der ganzen Reihe, und das jetzt innerhalb von einer halben Stunde, ähm, ja, ich finde eigentlich, dass ich es ganz gut getimt habe, und ich werde jetzt auch nicht weiterreden, weil sonst, äh, verstricke ich mich nur weiter und blabere einfach zu viel weiter, äh, falls ihr irgendwelche Fragen habt, oder, ähm, ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, oder schreibt mir rein, ähm, ob ihr es schon gelesen habt, wie ihr die Reihe findet, das würde mich sehr interessieren, und ob ihr den dritten Band jetzt auch schon alle gelesen habt, er ist ja noch nicht lange draußen, aber ich musste ihn mir direkt am Erscheinungstag, musste ich ihn holen, und hab auch direkt angefangen, und, ähm, ja, wie gesagt, ich hätte gern mehr gelesen, aber, das war's, okay, ihr Süßen, dann wünsche ich euch jetzt mal ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao!